Hallo Leute, endlich mal in voller Besetzung, hier wieder bei Let's Play Together Minecraft, mit mir Torvopay, mit dabei der TheShockLP, natürlich der Kallebach und der Pascal. Also Pascal, Mainzplex und Kallebach, Max. Hallo. Und du hast noch gar keine Sachen. Genau, er hat jetzt den Minecraft-Account ganz neu, du machst dir hoffentlich irgendwann mal einen Skin, weil du siehst noch aus wie so ein Standardtyp. Hier findest du alle Sachen, die du mal so brauchst. Kannst dir auch rausnehmen, was du brauchst, außer vielleicht Diamanten, die würden wir ganz gerne sparen. Essen hier oben links vielleicht in der Ecke kannst du auch dir direkt mal was rausnehmen. Wie mal so ein Stack-Baked-Potato oder so, keine Ahnung. Der kann auch selber... Hab's dir halt hingeworfen, ne? Und ansonsten hier so Eisenrüstung und sowas machst du dir einfach alles selber. Level kann ich dir jetzt leider kaum geben, weil ich hab nur 6. Entschaltest du am besten selber. Ja. Und ansonsten... Ja, für mich ist jetzt Freitagabend und morgen ist geiler Livestream, hab ich gehört. Äh, da müssen wir mal gucken, wie der so wird. Ja, ich glaube schon, dass der geil wird. Wir spielen Counter-Strike, also haben Counter-Strike gespielt. Wir haben, äh, DayZ gespielt und wir haben LoL gespielt. Wir haben. Ja, weil die Folge doch erst in ein paar Tagen rauskommt. Hab doch gesagt, für mich ist jetzt noch Freitag, morgen. Aber an sich, wenn ihr das seht, haben wir das schon lange. Und ich hab das neue Kanal-Design jetzt. Das ist ja irgendwie noch voll komisch, aber ich glaube, ich gewöhn mich dran. Oh ja, das ist hier jetzt. Nein, Spaß. Oh, danke, was geil. Ja, aber Alex, dein Kanal, äh, ich hätt's nicht gemacht. Ja. So. Alex, wo bist du? Ich bin in deinem Haus, zünd grad alles an und du kommst nicht. Hallo? Ja. Hoffentlich ein Witz. Ne, ich mein, es breitet sich zwar aus, aber die Blöcke gehen nicht kaputt, du kannst alles einzeln ausschlagen, ist kein Ding. Passt du eh nicht, du Lügner. Naja. Du lügst aufs Fettgedruckte, ja. Aufs Fettgedruckte? Naja, dein Motor ist auch ganz schön fettgedruckt. Äh, ich würd' nur sagen, es brennt. Bisschen hier, aber auch nur ein bisschen. Jo, äh, hast du schon irgendeine Waffe? Eine AK-47 Akimur. Ach du doch nicht. Ach, geh doch mal weg. Hast du eine Waffe schon? Wer? Du. Ach so. Ja, 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 chill, chill, chill. Ich bin grad ein bisschen... Ja, war doch nur ne Frage. Okay, geiler Neta-Schmerz. Wieso fehlt hier eigentlich so ne Doppelkiste? Man weiß es nicht. Ähm, soll ich jetzt einfach mal ein Haus bauen? Wer war das? Was, Alex? Was willst du? Pascal, ich töte dich. Hä? Was denn? Du hast das ganze Wasser aus dem Ding da rausgeschlagen. Hä? Aus was für'n Glas? Und hat dir das Glas kaputt gemacht? Was für'n Glas? Wo bist denn du? Glas hier unten. Okay. Du hast das ganze Wasser aus dem Ding da rausgeschlagen. Aus was für'n Glas? Was für'n Glas? Wo bist denn du? Glas hier unten. Ja, hier unten. Im Keller, oder was? Bei dir. Ja, da ist doch, wenn du jetzt runter gehst und dann gleich wieder rechts. Warte. Hier. Ach, Alex, scheiß mal drauf. Mach einfach dein neues Glas da rein. Was weiß ich, was du jetzt willst. Was ist das? Ja, ich muss es grad ersetzen. Ja, wow, Alex. So ein hoher finanzieller Schaden für dich. Ist hoch, Alex. Es sind alles hier... Höher als dein Niveau, zwar wahrscheinlich, aber trotzdem. Nicht so krasse, ja. Alex, das ist alles Reparaturkosten. Ja? Kannst du von der Steuer absetzen, Alex. Ja, eben. Bloß, da du keine Steuern zahlst, gib mir jetzt Geld. Du kostest schon ne Menge? Nein. Gib mir jetzt Geld. Ja, in welcher... Was ist die Währung hier von Geld? Die Währung, äh, Diamanten. Und zwar mindestens drei Stecks. Jungs, ich hab mal ne Frage. Nö. Nein. Ich beantworte... Hallo, wir sind hier in unserem Let's Play. Wir beantworten hier keine Fragen von anderen Leuten. Ja, 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 ja. Warum ist denn die Bäume hier ab? Was? Achso, ja, weil Alex... Ich bin zu faul gewesen, um die Einzelnen wegzuschlagen. Also zünde ich's an. Wir haben aber so ein Plugin, wodurch die Sachen nicht kaputt gehen. Die kriegen keinen Schaden, die Blöcke quasi. Und deswegen brennen die jetzt so lange, bis irgendeiner jeden einzelnen Fuckblock hier wegmacht. oder das Feuer durch den Regen oder irgendwas ausgeht. Okay. Ja, du darfst gerne hier alles ausschlagen, wenn du sonst nix zu tun hast. Also... Ah, ja, nee, so. Ich, ich hab kein Problem. Können wir noch mal ein paar Schafe töten? Mh, warum denn? Irgendwie gehen die mir auf und Sack mit ihr... Mööööör Schafe mit Möööö? Ja, die Kafe auf den Sack Seit wann, Mööl Schafe? M pé Mää Mä 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 Möö Muu Mä Mä Mööööes Haus bauen oder Miene Guckst du überhaupt XP davon, sei mal froh Ah, danke Ich ich mein, ich habe nichts gemacht, Aleks Na ja Da war gar kein Holz mehr in der Kiste gerade Also nur noch anderes Holz jetzt mal ein bisschen voraus hier wir haben zu viele Tiere St ich bin aber ihr leckeres Steak von nebenan da hat er ja ich stelle die Kühe und er hat aber nicht alle das wird zwei drei übrigen es reicht ja eine Kuh hier die von uns von unserem Grundstück okay zwei reichen brauchst du 7 ach so ich hab die mit dem Flammenschwert geholt deswegen sind die jetzt schon gebraten ja wusstest du es nicht? das habe ich voll unbeabsichtigt gerade gemacht ich habe jetzt 37 Steaks einstecken weil das auch Looting hat Junge ich hatte eben irgendwie 10 oder 12 oder so was jetzt habe ich 37 ah ja geil okay wieso kann ich mit dem Flammenschwert nicht Wollblöcke anzünden aber egal warte mal du kriegst was von mir hier halt wenn du das mal oh oh und jetzt geh einfach mal zu Alex und tu was du tun musst das macht Spaß Alex schönes Wollhaus hast du da kann es brennen? nein kann es nicht brennen Wolle das ist Stahlwolle das kriegst du nicht da Stahlwolle ich weiß nicht was Stahlwolle ist Stahlwolle ist Stahlwolle ist das was du ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr 3 Wochen war es ja auf jeden Fall weil ich auch bei uns unten im Haus bin Alex da so außen man eh oder nicht wirklich ich hoffe das war jetzt gerade ein Witz was? hä? was meinst du? Alter hast du es wirklich ange... du bist so ein Mongo du bist so ein Mongo Alter Alex ich helf dir boi jung ich dachte du machst... okay gut Alex kein Dings aus Alter ich dachte du machst nen Scherz jetzt geh mal zurück okay ja hier Alter sorry Alex müsste es sein Alex hast du den Regen eben angemacht? ne ne ja ne der war ganz kurz an ah jetzt ist er wieder an der ist ja auch an ich frag Alex hast du... Alex hast du den Regen eben angemacht oder war der von alleine? von alleine soll ich dir das glauben? ja jetzt gleich kommt er an der Konsole ne mach ich gleich auch das breitet sich immer noch innen an aus Alex ich möchte jetzt bitte eine wahrheitsgemäße Angabe ich hab gar nichts du verdammter Mongo guck stimmt du kannst ja gar nicht du bist ja gar kein OP hahaha ich helf dir so ich helf dir so Bastards Bastards ein Bastard zwei Bastards drei Bastards ich du RCS Bastards ich helf dir so Alex ich helf dir so Alex hier brennt doch gar nichts hier brennt doch überhaupt nichts ja weil das gerade ausgemacht wurde hahaha das war ich nicht ich war das nicht ich war das nicht ich war das nicht ich war das nicht ich auch nicht komm Alex benutze dein Flammenschwert im Regen komm zeig ich mir zeig ich mir was die Kraft des Feuers gegen die Kraft des Wassers ausrichten kann nein komm Max komm mal mit ja Alex äh kennst du unsere Festung schon ja mir egal komm jetzt mit haha wir gehen da jetzt hin und wir müssen das irgendwie ein bisschen umbauen erst mal nee wir brauchen Stein ich hab 64 Kabel äh wir benutzen doch mal diese Bricks wie du siehst äh lass uns mal lieber Steine holen jo ich baue hier grade schon mal mein Haus boah mach den Regen aus bitte nein der Alex der Regen ist automatisch angegangen und der geht auch wieder automatisch irgendwann aus ähm musst du das so ganz 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 nah an unsers bauen also ich mein wenn du unbedingt willst aber ich hätte es jetzt ein Stückchen Abstand gehalten ja ich dachte wir verbinden dann so mit Kies die Häuser und bauen dann noch irgendwie so einen Brunnen hier sozusagen ich baue einen unterirdischen Tunnel ich hab jetzt grade Bock auf einen unterirdischen Tunnel äh soll ich mir da mal ein paar Bricks machen? du dir Bricks ja das hättest du ja wohl gerne ne hättest du wohl gerne ja hätt ich eigentlich schon gerne also das geht aber so nicht ja das kostet Steuern ich mach dir und mir einfach mal 64 jo Pascal gibst du mir mal kurz deine Koordinaten bitte durch ähm was ich weiß schon wir machen das mit Pistons das wird lustig ja äh sag mir nochmal deine Koordinaten ähm also stell dich mal hin also da ist dein Haus wo du bist ja ok warte ja minus 88 und dieser regner ja voll die geilen Koordinaten 88 und 88 jetzt äh echt? ja guck mal hier wo ich jetzt stehe lol genau wo ich stehe geh mal in mich rein ohja hast recht höh also baust du jetzt hier mit oder nicht? ich? ich? ja ich weiß nicht ne ich glaube ich baue mein eigenes wenn überhaupt ne ich baue mein eigenes ja ne ich bin da ja eingebildet äh Pascal baust du mal bitte da wo ich stehe ah ja hab's schon ist das im Haus? ja aber was machst du jetzt? im Geheimgang achja toll ich will aber mal einen Keller bla 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 dann baust du das halt so dass wir das im Endeffekt verbinden können ich hab jetzt hier auf jeden Fall mal gebaut ja toll aber die Bricks sind da unten ne wie? wo? ich hab dir die da runter geworfen boah ich bin doch grad schon wieder von da weg gelaufen ich hab's dir gesagt also ich hab aber nicht zugehört ja ja da hat zu du musst aber auch damit rechnen dass äh deine Gesprächspartner nicht immer aufmerksam sind boah der Regen ist so nervig oh Zombies ah geht doch einfach unterirdisch rein chillt doch ist doch alles gut so ähm äh das wird nicht reichen da haben wir noch mehr Steine äh ich oh ja ja das sind wir oh cool oh du ich töte ihn mach fertig so so es geht also mal wieder nur ums Morden Pascal ja ja da war scheiß Mord und Totschlag Pascal du wirst dafür angezeigt ja es sind noch ein paar Bricks drin also es sind noch Steine drin naja ist mir auch klar aber die du meinst die äh Cleanstone Dinger ne ja ja die hab ich gerade schon alle aufgebraucht egal jetzt sollte es reichen ich muss es halt nicht unbedingt machen wieso ja ich wollte halt hier nicht wo ich's denn ob ich hier halt noch irgendwas brauchen boah dieser Heavy Rain ne 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 ist schon okay ähm ähm wie mach ich das jetzt schon ich tu hier einfach schon mal Stein rein aber wir haben nicht mehr genug Kohle kannst du mal Kohle nachlegen oh mhm mhm oh gerade immer acht Stück oder so ja also so dass es überall acht oder sowas sind und dann habe ich jetzt wie viel Steine vier vier bisschen fast viereinhalb Stacks tu ich hier noch ein bisschen Essen wieder zurück Die Hälfte von den Steaks, die ich vorhin schön gefarmt habe. So, da sind jetzt überall ein bisschen mehr als 10 drin. Na, da mach ich nochmal 8 rein. Moment. Glaubt ihr, das hilft? Oh, ich dachte, es hat gerade aufgehört, ey. Sicherheit? Äh, ja. Okay. Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Nein! Geht. Okay. Nein, nein, nein! Genau, nein, 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 nein! Alex, Alex stündlicher Nazispruch, ach Alex, versuch dich bitte gar nicht mehr rauszureden. Es geht uns einfach nur noch auf den Sack. Steh bitte einfach dazu, ja? Wenn du eine politische Meinung hast, dann vertritt sie bitte auch wenigstens. Aber dich jetzt so zu verstecken quasi hinter einer linksliberalen Meinung, genau, hinter einer linkliberalen Fassade. Das muss man ja so betonen. Äh, aber das finde ich nicht okay. Also ich meine, dann steht auch wenigstens zu deiner Nazi-Vergangenheit. Die, alle kennen sie. So, so? Ja. Ja, du weißt gar nichts. Ey, Leute, wo kommt Leder rein? Na, hallo. Samen und so, ihr wisst Bescheid? Ne, irgendwie auch nicht. Doch, Samen und so. Ja, ihr wisst ganz genau Bescheid. Irgendwie ja nicht. Boah, Alex, ohne Witz, du machst, du machst aus, egal was, ne? Du kannst aus allem irgendwas Ekliges machen, ne? Entweder durch deine Anwesenheit oder durch, ich weiß es nicht, irgendwelche komischen Geräusche oder... Okay, Max, komm mit. Wir gehen jetzt an in die geile Festung. Ja, ja. Und gerade, gerade Feuer ausgemacht. Ja, es passt, es passt, meine Damen und Herren. Es reicht exakt. Wovon redest du? Das machst du mich gerade. Nein, das geht mich nicht so. Ach, der Alex ist nur mit einer und einer Tastatur, wenn du verstehst. Alex, das kannst du nicht machen, ey. Der ist halb AFK. Wow, überall Creeper. Oh, cool. Kein Bock auf Creeper. Also ich mach jetzt einfach mir immer die ganze Zeit mein Haus fertig. Dein Haus? Was wird denn da so fest? Mann! Komm mal mit, komm mal rein. Ja. Ich kann mal automatisch zwei geplantet werden, wenn ich da eins haben möchte. Ja. Ja, mach mal. So. Okay, was ich sagen... Ähm, machen wir einfach... Hinter dir ist ein Creeper. Hinter dir ist ein Creeper. Ah, stimmt, da war ja was mit Feuer und so. Ist er tot? Achtung, er ist noch da. Ach, da ist er. Aber wo können wir das mit dem Geheimgang lieber irgendwie später machen? Ja, ja, aber ich hab ihn jetzt nur schon mal so gebaut. Du kannst das ja wieder quasi zubauen. Ich find das schon wieder... Ähm, ja, was hältst du von einem Flachdach? Oder hätte ich...